Auch der Kreis Heinsberg zeigt Flagge gegen den Rechtsextremismus, der nur Hass und Hetze kennt und für die Verachtung von Menschen und Menschenrechten steht. Die Krisen und Herausforderungen unserer Zeit sind für uns alle groß. Wir müssen etwas tun und das tun wir jetzt. Wir sehen ganz viele Leute hier, alle verschiedenen Parteien, die zusammenkommen, alle demokratischen Parteien, muss ich dabei betonen, die hier sind. Und einfach das tun, was jeder in Deutschland tun muss, sich einfach gegen rechts und die ganze braune Masse stellen. Und das ist das Wichtige hier bei uns, auch vor allem im Kreis Heinsberg, der in seinen ländlichen Umgebungen vielleicht in manchen Punkten anfällig ist, aber trotzdem wir wissen, wir sind da, wir sind gegen rechts und das ist das Gute hier. Über 3000 Menschen sind dem Aufruf des Bündnis gegen rechts für Demokratie und Toleranz im Kreis Heinsberg zu dieser Kundgebung gefolgt. Die Entwicklung der AfD hin zu einer rechtsextremen Partei war und ist für jeden sichtbar. Jetzt ist auch ein Handeln der sogenannten schweigenden Mehrheit mehr als wichtig. Ich bin hier, weil mir das am Herzen ist, weil ich Angst habe davor, dass sich Nazis wieder breit machen, Jugendliche beeinflussen, habe ich überhaupt kein Verständnis für. Und wenn wir nicht eingreifen und zur Tat schreiten hier, dann dürfte das nicht so gut aussehen. Und das ist mir eben sehr, sehr, sehr wichtig für meine Kinder, für meine Enkel, auch ich habe einen Behindertensohn, für Behinderte, die in der Nazizeit meistens auch noch umgebracht wurden. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir alle aufstehen und dazu stehen. Ich bin hier, um deutlich zu machen, wir sind mehr. Wir, die für ein bundestolerantes, gesellschaftliches Miteinander stehen. Zu zeigen, dass wir da sind, dass wir laut sind, dass wir viele sind. Weil ich auch schon sehr viel wegen meinen Eltern über die AfD gelernt habe. Und ich finde das echt kacke, was die alles sagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich jetzt mitkomme und auch zeige, dass auch ich dagegen bin. Auch für quere Menschen werden die rechten Narrative zu einer immer größeren Bedrohung. Vor allem auch für Jugendliche. In den USA darf Kindern unter 18 Jahren in einigen Bundeslanden gar nicht mehr erklärt werden, dass es Homosexualität gibt, dass es Transsexualität gibt. Wir haben unter queeren Jugendlichen bis heute auch bei uns hier in Deutschland immer noch eine erhöhte Selbstmordrate, weil sie mit ihrer Situation einfach nicht zurechtkommen. Dafür muss es Beratungsangebote geben, dafür muss es Aufklärung geben. Nicht, weil man irgendjemandem irgendetwas einreden will, sondern weil man einfach nur zeigen will, das gibt es alles. Und du bist nicht allein mit dem, wie du dich fühlst, sondern da gibt es auch andere. Und das ist eindeutig gefährdet, wenn die AfD an die Macht kommt. Das Bündnis gegen Rechts im Kreis Heinsberg steht für ein demokratisches und friedliches Zusammenleben und setzt sich bereits seit 2009 für seine Werte ein. Im Vorfeld waren damals auch rechtsradikale Tendenzen im Kreis Heinsberg sichtbar. In der Zwischenzeit haben wir 600 Mitglieder im Kreis Heinsberg, darunter alle Kommunen, fast alle Parteien. Wir haben alle Wohlfahrtsverbände als Mitglied, viele einzelne Vereine. Und Sie sehen ja hier jetzt auch an dieser Veranstaltung, wie viele Menschen uns unserem Auftrag gefolgt sind. Darunter viele Vertreter von Parteien, Verbänden und Institutionen, die alle eine klare Botschaft senden. Als christliche Jugendverbände stellen wir uns konsequent gegen extremrechte und rechtspopulistische Positionen und Handlungen. Wir wollen zeigen, dass rechte Hetze und menschenverachtende Ansichten keinen Platz haben. Hier oder irgendwo. Gegen den Faschismus, gegen die Pläne von AfD und Konsorten. Aber wir sind jetzt nicht mehr still, wir sind laut. Danke für dieses Zeichen. Danke. 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 Danke.